Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bowser Fieber. Der Saar Brückener erlegte 2017 mit seinem Debütalbum Drei Farben Haus, aber vor allem mit der Single Was Du Liebe Nennst, einen senkrechten Start hin, der nach wie vor seinesgleichen sucht. 2018 erschien dann das Mixtape Power Bowser, jetzt ist es an der Zeit für Album Nummer 2. Das Album kommt mit 14 Tracks und beinhaltet Features von Reezy, Dardan und Summer Jam. Fieber kommt über Downbeat Records und erscheint als CD, als Bundle und auch als Vinyl. Cass, Cream. Cass war in den letzten Wochen vor allem durch seine Verstrickung in den Beef zwischen Animus und Manuelsen im Gespräch. Höchste Zeit die Musik wieder in den Vordergrund zu rücken. Das Akronym Cream ist eine Anlegung an Cream, welches ursprünglich mit C geschrieben wurde. Der Track Cream vom Wu-Tang Clan steht für Cash Rules Everything Around Me. Cass Eigenkreation mit K steht in diesem Fall dann für Cash Rules Everything Around Me. Cream beinhaltet 16 Tracks, Features kommen unter anderem von Manuelsen, Bartow, Prinz Pi und Cashmo. Das Album kommt über König im Schatten und erscheint als CD. Marvin Game Hydrated X Im November 2018 erschien das letzte Album von Marvin Game Hydrated. Ein halbes Jahr später kommt jetzt die Hydrated X EP. Die EP beinhaltet 5 Tracks und beinhaltet Features von Dre God Dreams und Holy Modi. Die EP kommt über Ema Ready und erscheint als CD und auch als Bundle. Rakai Gang Schwarz auf Weiß Das Wort Rakai wurde in Deutschland vor allem durch Mortel geprägt. Rakai kommt aus dem Französischen und ist ein Schimpfwort, welches so viel wie Pack, Gesindel oder auch Abschaum bedeutet. Mortel verwendet dieses Wort hauptsächlich für sich und die Leute in seinem Umfeld. Und genau mit diesem Umfeld hat Mortel jetzt ein Mixtape aufgenommen. Das Release kommt über Rakai Music Group und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.